Moses, du als langjährige Stammkraft in der Borussia Banana, was findest du denn jetzt hier mit der EM? Ja, ich finde die EM natürlich super. Ich rede jetzt so, wie es war so. Früher hat Bastian Schweinsteiger ja immer so geantwortet. Ja, es war natürlich schwierig, weil wir haben damals eine gute Chance gehabt und dann ist es anders gegangen. Und dann hat er ein Coaching gehabt und jetzt sagt Bastian Schweinsteiger so. Es war eine gute Grundsituation und die Mannschaft hat es nicht leicht gehabt, aber sie hat es ziemlich gut hinbekommen am Schluss. So redet heute Bastian Schweinsteiger heutzutage. Meinst du, wir Münchner kriegen das hin, hier mit 14.000 Leuten im Stadion? Wir dürfen sogar 14.500 Leute ins Stadion bringen. Ich glaube zusätzlich noch Funktionäre. Also es wird, glaube ich, schön voll und wir kriegen es sicherlich hin. Und die Karten werden ja vorher verkauft, wenn man keine Karte hat, kommt man nicht rein. Was machst du mit deinen gekauften Karten? Ich habe gekaufte Karten aber für Jizzer von Wu-Tang. Der hat 25 Jahre von seinem Album Liquid Swords. Da gehe ich aufs Konzert. Schaust du EM? Ich schaue EM, aber mit Freunden im Biergarten oder in Public Viewings. Wie denkst du, wird es dies ja werden mit den ganzen Beschränkungen, die es gab, die aber seit heute zum Beispiel mit der Maskenpflicht entfallen? Ja, ich hoffe, dass keine Mutanten herumschwirren. Ich hoffe, dass es alles so bleibt, wie es ist und besser wird. Und wenn es so ist, dann, glaube ich, wird sich sehr viel Euphorie bei den Menschen breit machen. Es werden sicher lustige Partys stattfinden rund um die EM, aber sicherlich auch davor und danach. Und jetzt, ganz mal abgesehen von allem anderen, wie findest du heute dein Outfit? Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich hatte eigentlich eine andere Weste angezogen, aber plötzlich waren da so Fußbälle drauf. Ich finde es schön. Es ist schön warm auch. Also ich merke, ich werde nicht frieren, falls ich ins Stadion gehen sollte mit der Weste. Und sie ist neutral. Ich bin ja eigentlich Löwen-Fan, also ich bin eigentlich blau, aber ich mag grüne Farbe gerne, weil ich gerne in Irland bin. St. Patrick's Day war ja diesmal nicht, dieses Jahr. Aber ich werde nächstes Jahr zum St. Patrick's Day auf jeden Fall diese Weste anziehen. Und ich komme, glaube ich, auch nicht in Verdacht, dass ich Werder Bremen- oder Wolfsburg-Fan bin. Denn jeder weiß von mir, dass ich Löwe bin. Jetzt mal ganz abgesehen von Fußball. Was machst du so in den nächsten Wochen? Du hast ja schon die ersten Live-Auftritte in riesigen Atmosphären gehabt. Ja, wir hatten einige echt total schöne Shows jetzt schon, Open-Air vor Publikum. Und das hat super funktioniert. Einmal war sogar, wo ich in Rosenheim war, beim Slams, war eine super schöne Atmosphäre. Es hat geregnet in Strömen. Alle sind da geblieben mit Ponchos. Die Zuschauer sind einfach eisern sitzen geblieben. Was weiß ich was, 80 Zuschauer oder so. Und saugeil auch mal wieder so richtig pure Live-Atmosphäre. Und das geht jetzt so weiter. Es kommen jetzt einige Shows, die wir zugesagt haben und die auch stattfinden werden. Morgen ist zum Beispiel wieder was Kleines. Und so darf es weitergehen. Da muss ich auch nicht meine Zeit verbringen, Soforthilfanträge zu stellen, sondern verdienen mein Geld einfach durch Auftritten wie früher. Das war alles am Jahr, es ist alle drei gleichzeitig. Das ist das mit dem Rasen, das da vorne. Der Oberteil, Kunstrasen, ja? Genau. Da kann man wunderbar drauf spielen, als er auf muss. Hallo Axel, EM-Zeit, die Indizes feiern. Wir werden in den nächsten Wochen feiern dürfen. Und wie sollten wir jetzt am besten feiern? Jetzt feiern wir auf jeden Fall mit Inbrunst, weil jetzt die Spannung wird ja immer größer. Die Fußballspiele kommen näher. Also wir haben ja jetzt bald hier in der Allianz Arena das erste Spiel. Und dazu ist es natürlich toll, wenn man sich auch dazu kleidet. Ähnlich Fußball, ja? Also fußballerisch. Die sind so laut dahinter, das ist furchtbar. Die freuen sich einfach mit ihren Dürntl, ja? Und die Fußballdürntl, das ist eben Ausdruck des Fanbewusstseins. Und natürlich auch der Tradition, ja, Dürntl kommt immer sehr schön an. Und die habt ihr jetzt bei euch in euren Geschäften bei Angermey in mehreren Standorten. Wie viele habt ihr jetzt noch im Moment? Momentan haben wir noch vier. Also wir haben in München zwei, wir haben in Berlin und in Stuttgart. Super. Und ihr habt jetzt verschiedene Modelle noch von euren EM-Dürntl? Ja klar, das sind ganz verschiedene. Man sieht es ja hier. Wie einmal mit der Deutschlandfahne als Schürze. Dann haben wir Fußbälle auf den Miedern. Dann haben wir... Hanna, dreht dich mal rum. Ah, zieh, keine Zeit. Ja, dann haben wir so ein schönes gepunktetes Dürntl. Und eben immer mit Deutschlandfahnen drauf, ja? Ja, dann haben wir noch ein bisschen gepunktetes Dürntl. Vielen Dank.